Schließe Deine Augen und setze Dich gerade hin, atme dreimal tief ein und aus. Alle Gedanken, die kommen, lässt Du vorbeiziehen wie Wolken, sie sind im Moment nicht wichtig. Einfach ein- und ausatmen und die Gedanken, wie Wolken, vorbeiziehen lassen. Stelle Dir nun vor Deinem inneren Auge vor, wie Dein Leben in ungefähr fünf Jahren aussieht. Stell es Dir in allen Farben vor, lass die Bilder lebendig werden und bewege Dich ganz in ihnen. Wo bist Du? Wer ist bei Dir? Was machst Du? Wer ist noch da? Kinder? Tiere? Musik Nun lasse auch die Geräusche stärker werden. Nun, fühle diese Emotionen, welche sich in dir breit machen. Wie fühlt sich deine Vision an? Wie fühlst du dich? Wie geht es denen, die mit dir sind? Wie fühlt sich deine Arbeit an? Was tust du? Wie fühlt sich das an? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 alles verdoppelt. Die Bilder werden intensiver, die Geräusche noch klarer und die Gefühle wachsen in dir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Leben richtig, du darfst alles sein, was du dir vorstellst. Ja, es ist möglich, wenn du es möchtest. Ja, es ist möglich, wenn du es möchtest. Komme nun ganz langsam zurück ins Hier und Jetzt. Nimm die Emotionen und Bilder mit und wenn immer du willst, kannst du sie in dir wieder hochholen und Energie tanken. Atme dreimal tief ein und aus. Lass dir Zeit. Bewege erst deine Hände und Füße und öffne erst ganz zum Schluss deine Augen. Bewege erst deine Hände und Füße und öffne erst deine Augen. Bewege erst deine Hände und Füße und öffne erst deine Hände und Füße und öffne erst deine Augen.